Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video für unser Fiesta-Gewinnspiel. Denn wir können euch frohe Kunde verkünden, denn das Team von Fiesta hat sich mit uns in Verbindung gesetzt und hat uns ein kleines Gimmick für euch nochmal dagelassen. Denn die Leute, die bei uns das Spiel gewinnen, also den Platz bei uns besser gesagt, bekommen noch ein cooles Outfit obendrauf, bestehend aus dem flammenden Rockkostüm, der Agenten-Sonnenbrille und der schwarzen Krone und dazu noch obendrauf einer Feuer-Aura. Also sieht dann richtig cool aus. Natürlich wird das Ganze die Alicia auch noch verlosen, also klickt einfach hiermit auf den Link und schaut nochmal bei ihr rein, denn wir machen natürlich für beide Plätze dann das ganze Outfit. Genau, ihr habt dann die doppelte Chance. Also dann, immer noch fleißig mitmachen, denn am Sonntag kommt dann die Auflösung und besser gesagt am Montag dann das Video dazu, wer gewonnen hat. Ciao, ciao!